Liebst du Yoga und Musik? Möchtest du deine eigene Musikalität entdecken und entfalten? Dann komme mit mir ins Retreat. Erlebe eine inspirierende Woche von Musik, Yoga, Meditation und Verbundenheit, fern vom Alltag und Stress. Begib dich in einen Kreis von sehr bewussten und musikalisch begeisterten Menschen und erlebe die Magie der Musik. Denn das Leben ist durchdrungen von musikalischen Prinzipien und du wirst von der Musik lernen, dem Weg des Herzens zu folgen. In der Thalia-Yoga-Praxis erfährst du die vollkommene Einheit von Atem, Bewegung und Musik. Und wir werden zusammen singen, meditieren und mit viel Freude am gemeinsamen Trommeln die Rhythmen der Natur erforschen. Den Tag beenden wir mit einer entspannenden Yoga-Piano-Einheit. Du wirst dich in diesen Yin-Yoga-Sessions vollkommen fallen lassen können und die heilsame Kraft von berührender, live gespielter Klaviermusik erleben. Das Retreat wird kulinarisch von einer der besten veganen Köchinnen Europas begleitet. Yuki Yung ist eine in Lissabon lebende Küchenchefin und zertifizierte Ernährungswissenschaftlerin. Sie ist eine Seele von Mensch und begeistert jeden mit den von ihr entworfenen Kreationen. Lass dich von der Musik und dem Yoga berühren, nähern und komme mit in dieses einzigartige Retreat. Du brauchst keine Yoga-Erfahrung oder musikalischen Vorkenntnisse mitbringen. Auch musst du kein Instrument spielen können oder singen können. Fortgeschrittene Musikerinnen und Sängerinnen sind willkommen. Und ich garantiere jedem, dass wir gemeinsam viel erfahren und lernen werden. In jedem Fall freue ich mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.